herzlich willkommen zurück bei der levelreihe von fizzle grinder und rulana hallo schatz guten tag guten tag wir sind unterwegs in waldschara und haben das letzte mal das erste kapitel beendet hier das ist kein normales kann ich hin das ist ein elvisches zähmen oder sowas dann gehen wir weiter das dachte ich mir fast dass ich noch eins gucke was das für ein geräusch macht ist jetzt ja wie ein quietsche ähnchen ja okay gehen wir nach süden zu den fuhrbolgs und so gehen wir jetzt okay das ist mehr südwesten ja auch mal die himmelsrichtung gelernt stolz auf dich hier ist noch der schatz nicht vergessen schatz das klappt ja wieder hervorragend doch muss ich ich muss ihm zeigen wer der größere bild ist ist wahrscheinlich du gemisch waren hallo erstmal rappen bei dir das ist ja auch praktisch ist mir noch nie aufgefallen verkaufen wir den scheiß ring okay tötet acht schweißhaut ne schwelhaut schweißhaut furbox müssen wir töten was hat dieser teddybär für eine quest für uns sprecht mit jungflaum ich hab auch jungen flaum das wollte keiner wissen schatz doch doch ja bestimmt einen der das wissen wollte alle jahres oder der koroness so zerstörers albtraumsfotem warum lasst jetzt über den koroness ist das dann schatz ja tatsache ey so wie gestern jetzt entdecken wir die schon durch rechtsklicken in der gegend oh der hat ep gegeben 15.000 ja in der tat bei dir natürlich auch nicht ja ja ich kriege keinen einzigen brock jetzt toll jetzt habe ich es wieder nicht gekriegt weil ich ja aber es liegt in der natur eines mages sich zu blinken ja oder etwa nicht ach du machst da ganz viele da oben ja ja bam albtraumtotem da 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 das steht da vorne übrigens ja um die ecke auch schon gesehen ok wohl ist ja nur noch mal sagen was dachte ich vielleicht nicht aber schon ok schon ok denke ich freue mich schon drauf den endlich wieder im pvp zu spielen irgendwie sind meine ganzen pvp charts jetzt bei der hoarde das ist natürlich blöd ne wenn mein dämonenjäger oh quest getroppt und mein feuermage dann schatz kannst du nicht rülpsen im let's play das machen wir nicht ok das war ein witz schatz ich weiß ich rülps ja auch immer bipi jb ppi ppi achso doch erst mal abgeben erst abgeben und dann gehen wir da runter und dann holen wir uns den schatten dann quästoff wieder ok ich bin mhm mhm Oh, da gibt's Loot, den wir nicht brauchen, was für ein Scheiß, was für ein Scheiß. Keine neue Quest? Quest holen dahinten. Ach doch mal, jetzt bin ich schon wieder runter gesprungen. Mach's denn du! Ich hier. Und die Augen auf. Ich hätte sie dir auch teilen können. Ah ne, hätte ich nicht. Guck mal, ich... Boah, was bist du denn? Was bist du denn? Für einer. Für eine Schlafmütze. Ey. Wo bist du denn? Na, deinen Schatz holen hier. Oh Mann ey. Beim Ripcage. Hinlegen. Mach Flash hin. Leg dich mal da rein. Das hatten wir doch schon mal, oder? In Draenor oder irgendwo. Flash. Das sieht so lustig aus, ich weiß nicht warum. Oder? Sieht aus wie eine Dönerkatze. Ey. Jetzt. Legt sich nieder. Geil. Das Stein zu Hause. Gute Nacht. Na ja, ich bleib jetzt hier. Kannst alleine weiter läppeln. Lol. So, na dann wecken wir ihn mal auf den Bengel. Bipipi, biipi, biipi, biipi. Nice. Ich habe es abgekriegt. Oh Gott. Geul. Wo soll ich zuschlagen? Ich bin wach. Wo soll ich zuschlagen? Nicht weck den Schatz. Wie ich am Anfang geraged bin, als ich zum ersten Mal in dieser Höhle war. Warum? Ich bin überhaupt nicht auf mein Leben klargekommen mit dem DC hier. Warum nicht? Weil alles so verwinkelt und versteckt war und dann waren hier nicht die Mobs, die ich gebraucht habe. Weißt du, ich habe gedacht, die Furlbox, die sind auch hier drin, die wir oben gerade getötet haben. Und bin ich hier drin rumgerannt wie ein Irrer. Und habe nur mich aufgeregt, die ganze Zeit. Oh nice, guck mal hier. Kannst du kirchen oder nee? Ja, brauche ich für meine Quest. Da links von uns kann man noch einen tappen. Hey, wer ist er denn? Der Charmy, gell? Ja. Das fällt ihm ein, ey. Jetzt töte der unseren Mob da vorne. Nein, jetzt muss er das noch muten. Kannst du die hier kirchen? Ja, kann ich. Was ist denn mit dieser Katze los hier? Von der Katze. Da wollte sie sich hinter mich porten. Aber ich bin auch gerade rückwärts gesprungen. Und dann standen wir ineinander. Oh ja. Oh ja. Wir stehen nicht nur aufeinander, wir stehen auch ineinander. Aber weißt du, was sie... Was? Was sie gefixt haben? Also nicht... Naja. Was, Schatz? Wenn du dich als Tankbärchen... Hast du doch diesen... Ähm, wie heißt das? Tankbärchen? Hast du? Was? Du hast viel als Tankbärchen? Wenn du dich... Wie heißt denn das? Wenn du dich anchargst mit dem Bär... Ja. Dann wirst du automatisch hinter dem Mob geportet und nicht mehr so vorne. Ah, das ist nice. Finde ich sehr gut. So, wir haben alles getötet und alles eingesammelt. Jetzt müssen wir nur noch wieder oben rauslaufen. Aber... Aber... Follow me and everything is all right. I'll be the one to talk you in at night. And if you want to leave, I can guarantee... You won't find nobody else like me. Dim, dim, dim. Quest beenden. Annehmen. Oh Gott, sie spürt mächtige Magie, Schatz. Angst, Angst. Ich fühle ich auch, manchmal. Morphail. Ich bin Morphail. Lol, ernst. Uns gehören. Ich bin Morphail. Ja. Den würde ich auch gerne neu säcken. Ich bin Morphail. Ich bin Morphail. Ja. Es hat gerade erst... Okay. Verkommen. Nice. And easy. Was? Easy peasy lemon squeezy. Leckt dieser Passivheel nach dem Blinken. Das ist sowas für ein göttliches. Du bist nach jedem Kampf einfach oder voll? Nur wenn du dich wegblinkst. Ja. Ein PvP, ey. Ich will es mir gar nicht vorstellen. In der Arena. Blinkst dich weg. Stellst dich hinter den Pfosten. Heilst dich mal schnell nach voll. Hinter dem Pfosten. Hinter dem Pfosten. Die Wildnis wird uns beschützen. Wieder nur Crap. Oh, aber. Hm. Vielleicht wird es aufgewertet. Ich glaube, ich glaube nicht. Wieso wird denn bei mir nichts aufgewertet? Aber bei dir... Das ist doch Bullshit. 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 So, jetzt pass mal auf. Das Bonusgebiet geht lang mit den ganzen Quests. Und Erzruide des Tals. Das kriegen wir jetzt in der EP auch nicht mehr hin. Von daher machen wir die EP ein bisschen kürzer. Aua. Und machen aber dafür in der nächsten EP die beiden Sachen zusammen. Bonusgebiet und Erzruide des Tals. Dann haben wir alles auf einmal. Okay. Meine lieben Freunde, ich bedanke mich herzlich fürs Reinschauen. Perfekt an zu tanzen. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte bewertet es positiv. Schreibt einen Kommentar und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni. Ich bin die Bea. Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao, ciao.